Fußballstreit in Österreich Fußballstreit in Österreich stand 28. Februar 2019 Lesedauer 3 Minuten um ihn geht es Ashley Barnes sollte als neue Sturmhoffnung in Österreich eingebürgert werden Quelle Action Image Sia Reuters Österreichs recht erfolglose Fußball-Nationalelf hat im Sturm ein Problem Auf der Suche nach einem Angreifer wurde der Verband in England fündig Alles schien klar, doch nun sperrt sich der rechtspopulistische Innenminister Es ist ein bizarres Schauspiel, das sich da gerade in Österreich abspielt Alles begann damit, dass die Nationalmannschaft unter all den österreichischen Fußballern keinen klassischen Stürmer findet, der den Ansprüchen benügt Bisher füllte diese Rolle Mark Janko aus, doch der wird im Sommer 36 Jahre alt Mit großer Freude stellte der Fußballbund oder FP fest, dass der englische Stürmer Ashley Barnes beim dortigen Erstligisten FC Burnley in der Premier League auf ordentlichem Niveau mithalten kann Und Barnes Großmutter stammt aus Kärnten, der 29-Jährige war bereits vor einer Dekade einmal bei der österreichischen U20 vorstellig geworden Teamchef Franco Foda und die Verbandsbosse waren sich einig, Barnes soll die Lösung für das Stürmerproblem werden Auch Deutschland kennt solche Schlupflöcher 1998 bürgerte man den Brasilianer Paulo Ring ein, dessen Urgroßvater einst aus Heidelberg auswanderte Den gleichen Weg ging man mit dem Südafrikaner Shondandi, der nach seiner Einbürgerung sogar noch bei der Bundeswehr den Wehrdienst ableistete In Österreich schien alles nur noch Formsache Barnes erklärte sich bereit, für sein Großmutterland zu spielen Und es gab, wie Verbandspräsident Leo Windner sagt, deutliche Signale für eine positive Erledigung Wir waren klar in der Zielgeraden Doch dann schob das von der rechtspopulistischen FPÖ geleitete Sportministerium der Einbürgerung einen Riegel vor Ashley Barnes erfüllt wesentliche Kriterien für eine Einbürgerung nach dem Staatsbürgerschaftsgesetz nicht Seine bisherigen sportlichen Leistungen haben keinen Bezug zu Österreich Insbesondere wurden sie nicht über einen relevanten Zeitraum in Österreich erbracht Seine österreichischen Wurzeln spielen keine Rolle, verkündete Sektionschef Philipp Tratner und fügte hinzu Staatsbürgerschaften sind keine Geschenke, und es gelten für alle die gleichen Spielregeln Ob herausragende Leistungen im besonderen Interesse der Republik in Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft oder Fußball erbracht wurden Das von Herbert Kickl L. hier mit Kanzler kurz geleitete Innenministerium machte den Plan des ÖFB zunichte Den englischen Stürmer Ashley Barnes einzubürgern Quelle Reuters Worte, die beim ÖFB Ernüchterung, Verwunderung und Ärger auslösten Der Masterplan droht zu platzen Das ist gegenüber dem Spieler Barnes menschlich peinlich, sagte Präsident Windner Pikant, selbst innerhalb der FPÖ ist man sich nicht einig Parteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache soll die Einbürgerung Barnes befürwortet haben Doch das letzte Wort hatte in diesem Fall das Innenministerium von Minister Herbert Kickl, der selbst aus Kärnten stammt und einst Reden für Jörg Haider schrieb Schon dann die spielte unter anderem für den KSC, den VfB Stuttgart und den FC Liverpool Quelle Part dpa, Franz Peter Schauner Das Kriterium, dass ein Staatsbürgerschaftsbewerber die Leistungen bereits in Österreich erbracht haben muss, ist der wesentliche Punkt Wenn dies nicht so wäre, könnten weltweit Fremde eingebürgert werden, gab das Ministerium bekannt Daher ist die Ablehnung von zuständigen BMI aus rechtlich inhaltlich nachvollziehbaren Gründen erfolgt und zu akzeptieren Basta Oder nicht? Strache will sich nach einem Telefonat mit Windner nun persönlich der Sache annehmen und versuchen, die Entscheidung vielleicht rückgängig zu machen, berichtet der Standard Es gibt also doch noch Hoffnung für den ÖFB und Ashley Barnes Den deutschen Fußball brachte die Einbürgerung von Paulo Rink und schon dann die übrigens nicht weiter Rink stand später nur zweimal in der Startelf, traf kein einziges Mal Und dann die kam nicht einmal zu einem Einsatz Nur einmal saß er auf der Ersatzbank, lediglich der damals noch existenten A2-Nationalmannschaft wurde er einmal eingesetzt Urheberrecht Axel Springersee, alle Rechte vorbehalten